Jo, ich weiß... Ja, hallo. Bist du ein bisschen benommen, oder? Nein, ich bin irritiert. Ja, warum? Ja, im Coop an der Kasse haben sie mich gefragt, ob ich Märkli sammle. Ja, und was hast du gesagt? Ja, was sie von mir will. Was sind Märkli? Ja, nein. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, Kapatrophie-Punkte. Was ist das? Ja, die kannst du bis zum dritten Abend sammeln und sparst bis zu 64 Prozent. Auf was? Ja, zum Beispiel auf den Koffer. Ich gehe nämlich in einer Woche für einen Monat reisen. Bro... Hast du ihn da eingesperrt? Nein. Der versäckelt uns doch. Versä... was? Versäckeln... Versäckeln... Oder verdreckeln... Ja, also das bedeutet verarschen. Ja, oi, was machst du da drin? Ei, also ich wollte nur noch die Koffer testen. Und? Ja, hervorragend, sogar in verschiedenen Grössen. Wie könntest du da drin Platz haben? Ja, ich war ja hier in dem Kleinen drin. So, alle, ich habe es voll. Nächste Woche kann es losgehen. Ja! 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 Ja!